Und obwohl wir immer noch kein Geld für unsere Wins bekommen, können wir trotzdem aufsteigen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ein klassisches Team, als Gegner, auf der Gegnerseite. Ich möchte nur wissen, was macht dieser Madara da? Ich mein, Pain und Conan ist Klassiker. Ja, ein bisschen. Aber, du hältst mich nicht davon ab, aufzusteigen. Achso, nimmt er den Madara als Side-Character oder was? So als Second Main quasi. Und... Na? Komm. Okay. Jo. Erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe im Kampf gegen... ...den Itachi-Spieler. Nach 10 Sekunden weiß man, ob der Gegner gut ist. Nun, ich wage die Prognose, dass dieser Gegner nicht so das Pralle ist. Obwohl er über mir im Level ist. Fuck. Fuck. Komm her, Conan. Fuck you, Handy. Du nervst. Ähm, ja. Und eigentlich wollte ich irgendwas gereden. Aber das habe ich jetzt inzwischen vergessen. Und... Dieser Typ sorgt nicht gerade dafür, dass es mir wieder einfällt. Fuck. Geh weg. Fuck you, Pain. Fuck you, Conan. No. 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 Na? Komm. Stirb. 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 Na, komm schon. Jo. Geht doch. Na, vielleicht kriegen wir ein 2 zu 0 hin. Wer weiß. Wenn ich ein bisschen serious an die Sache rangehen würde. Was leider nicht geht. Und lag. Und... Jo. Und Matara. Und noch mehr lag. So mag ich meine Kämpfe. Ja. Gut. Na. Ja. Ja. Na endlich. Sitzt der Grat mal. Mensch. Na. Ich krieg's den nicht. Ich krieg's den nicht. Ich krieg's den nicht. Komm, ich krieg das 2 zu 0. Komm schon. Gib's mir. Gib's mir. Oh. Shit. No. Oh. Oh. Yes. Mein Gott. Ja. Ach, das wäre zu göttlich. Nein, Conan. Komm schon. Ja. Gib's mir. Yes. Okay. Geil. Ich hab's. Hey. Ich hab's nicht. Fuck. Nein. Nein. Kein Sabs. Kein Chakra. Nichts. Nein. Weg. Puh. Hab gar nichts mehr. Kein Leben. Kein Chakra. Fuck. 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 Äh. Nein. 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 Lass mir wenigstens mit meinen Subs. Lass mir meine Subs. Payton, komm her. Ja. Ja. 2-0. Ja. Nein. Conan. Oh, Conan, du Bitch, Alter. Ach, Kinas. Ach, Kinas. Yes. Und damit wäre auch dieses Thema erledigt. Und wir steigen im Rang auf. Gut. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass wir trotzdem kein Geld kriegen. Kann's sein, dass ich mich vielleicht geirrt hab? Und das vielleicht doch noch ein Bug ist? Also. Ich mein, wir sind jetzt inzwischen Level 7. Wie hoch soll ich denn noch steigen? Bis ich endlich wieder ein bisschen Geld krieg? Ich mein... Boah. Hey. Das... Ich glaub, das ist einfach nur ein riesengroßer Troll. Aber... Ich verstehe nicht. Alle anderen haben doch auch mehr Geld. Ich mein, ich hab doch schon... ...'n Haufen Leute gesehen. Die mehr Geld hatten als ich. Wie kann das sein? Bin ich der Einzige, der getrollt wird? Das fänd ich irgendwie geil. Ohne Scheiß. Wenn irgendwie so... CC2... Wenn die irgendwie so sagen, oh, der Spieler da. Dieser eine Typ. Ich kenn ihn nicht, aber ich will ihn trollen. Ich mein, wenn da so einer sitzt. Der Trollmaster. Der entscheidet, welche Spieler Geld bekommen und welche nicht. Ist... Na, ist natürlich Unsinn. Ist natürlich Unsinn. Und das muss man mir auch nachsehen. Es ist spät und... Und ich bin ziemlich... ...genervt. Weil ich schon so viele Exemplare dieses wunderbaren Garnichts heute sehen durfte. Das ist... Ja. Sehr an den Nerven kratzt. Ich mag keine Mirror Matches. Das war eine Lüge. Ich liebe sie. Nicht. Jo. Und das ist kein guter Spieler. Glaube ich jetzt einfach mal. Und der ist lag. Unser Freund, der lag. Der geht immer her. Ja. Bitte lass mich diesen Kampf gewinnen. Beziehungsweise, ich werde ihn ziemlich sicher gewinnen. Lass mich diesen Kampf schnell gewinnen. Da wäre ich dir dankbar. Und mit Pain, das Ultimate zu spammen, bringt dir nicht so viel. Nicht so viel. Da ist Minato eher besser. So traurig das ist, aber... Ultimate Spam mit Minato bringt wirklich was. Zumindest ist es bei ihm so glitchy, dass es auch wirklich trifft. Ist er gerade in meine Kombo reingelaufen? Shit. Ja, komm ey. Shinra Tensei hält für immer. Oder was? Nope. Okay. Bitte einfach. Na. Na. Yes. Und das war's für dich. Alter, ich hab gedacht, das kommt gar nicht mehr. Oh, ist das schön. Ich weiß, ihr könnt mein Gesicht nicht sehen, aber... Ich freu mich jetzt und das ist doch geil. Für heute lass ich's gut sein, aber... Leute, es geht weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Alter, geiler Scheiß. Let's go. Bis dahin. Ciao.